Schönes Zuspiel hier. Und Noris ist da, den Ball hat er super gehalten. Ist natürlich mutig jetzt von da zu versuchen. Ja, weil das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr raus machen. Die Gelegenheit. Der Ball geht an den Pfosten. Zuspiel von Eriksen wird abgefangen. Ball kommt. Noch Ballanzgestänge und die Chance ist da. So, jetzt haben sie erstmal wieder den Ball. Was für eine Szene, da hat wirklich nichts.